Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Wir sind beim Online-Rang-Match unterwegs. Und mit wir meine ich natürlich mich, von New York Gameplay als Hobby und Gengar und natürlich euch als Zuschauer. Wir versuchen natürlich Punkte zu sammeln und statt Punkte zu verlieren, aber es ist einfach nicht so leicht. Wir suchen jetzt einfach mal den nächsten Gegner und schauen wie Mons schlagen. Man kann einfach nicht sagen, was ständig passiert. Als Marke gewinne ich, mal verliere ich. Das ist eigentlich mal eine gute 50-50-Chance, auch wenn ich nur eine Gewinnschance von 48% habe oder sowas. Und zwar bin ich wieder unterwegs mit meinem Gengar. Mal schauen. Der Flo aus Deutschland. Den kenne ich doch. Hatten wir nicht schon mal einen Flo? Ich meine, ich habe jetzt schon... Das ist jetzt der 105. Teil, aber irgendwo hatte ich, glaube ich, schon mal einen Flo aus Deutschland. Vielleicht ist es dasselbe. Mit Lucario. Am Ende ist es immer noch dasselbe ist, dann hat er aber allerdings nicht viel mehr Siege bekommen, als er es vorher auch schon hatte. Entweder er hat schon längst lang gespielt oder er ist einfach nicht besser. Entweder er hat schon gesagt, dasselbe ist, dasselbe ist, dasselbe ist. Aber er ist im Mensch schon Gruppe E1. Das heißt, wenn er aufsteigt, ist er noch der E5. Also muss er ja doch schon ein bisschen gewonnen haben. Man fängt ja mit E5 an. Soll ich mich? Soll ich jetzt? Soll ich mir mal was? Soll ich mich? Soll ich mich? I5 an. Kanzo! nein nein floh das hast du gut gemacht okay recht schlecht mein schönes limit das ist das ich habe sie schon Der wird doch jetzt wohl nicht gewinnen. Ha, Glück gehabt. Mit ein Kappel. Entschuldigung, Flo. Aber du hast gut gekämpft. War nicht verkehrt. Mit deinen nur 18-7? Nicht schlecht. Und er findet seine Wertung geil, der Gengar. Ich finde ihn cool. Plus 50 Punkte, jawohl. Leider kein Level-Anstieg, aber ein Glücksbonus. Ein V-Pullover. Sehr schön. Gut, das war ein guter Kampf, Flo. Den Namen kann man sich wenigstens merken. Kurz und bündig. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch Zuschauer hat's gefallen. Zeig's mir mit dem Daumen nach oben. Mit dem Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann... Entschuldigung. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem nächsten Kampf. Oder bei einer anderen Let's Play von mir. Ich hab ja noch ein paar mehr. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite, beziehungsweise auf YouTube generell. Und ja, das war Pokémon Technik X auf der Nintendo Switch. Online-Rang-Match mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.